Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder vorbeischaut. In diesem Video dreht sich alles um die faszinierende Welt der Prozessoren. Wir werden einen Blick auf die 7 besten CPUs werfen, die ihr für einen erschwinglichen Preis zwischen 300 und 400 Euro erhalten könnt. Aber bevor wir starten, möchte ich euch darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und eure Gedanken in den Kommentaren mitzuteilen. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich sehr viel und sie motiviert mich weiterhin informative Inhalte für euch zu produzieren. Also lasst uns gleich loslegen und die besten Prozessoren unter 400 Euro entdecken. Der AMD Ryzen 7 7700X ist ein leistungsstarker Prozessor, der mit seinen 8 Kernen und einer beeindruckenden Taktfrequenz von 4,5 GHz eine beeindruckende Rechenleistung bietet. Mit dem Sockel AM5 ist er für die neuesten Mainboards optimiert und bietet damit zukunftssichere Kompatibilität. Dieser Prozessor ist ideal für Gamer und Content-Ersteller, die nach hoher Leistung suchen. Eine der herausragenden positiven Eigenschaften ist seine beeindruckende Multi-Threading-Fähigkeit, die gleichzeitig mehrere Aufgaben ohne Leistungsverlust bewältigen kann. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die viel Rechenleistung erfordern, wie beispielsweise Videobearbeitung oder 3D-Rendering. Außerdem verfügt er eine integrierte Radeon Vega Grafikeinheit, die das Spielen von Spielen ohne dedizierte Grafikkarte ermöglicht. Allerdings gibt es auch einige negative Punkte zu beachten. Der hohe Stromverbrauch dieses Prozessors kann zu höheren Betriebskosten führen, insbesondere wenn der PC über längere Zeiträume eingeschaltet ist. Zudem kann die Hitzeentwicklung ein Problem sein, was eine gute Kühlung erforderlich macht. Auch der Preis kann als etwas höher angesehen werden, was ihn weniger budgetfreundlich macht. Der Intel Core i7-13700K ist ein beeindruckender Prozessor, der mit seinen 16 Kernen und einer Basistaktfrequenz von 3,4 GHz eine herausragende Rechenleistung bietet. Dieser Prozessor ist auf den Intel LGA1700 Sockel ausgelegt und kommt ohne Wärmeleitpaste und Lüfter im Intel-Box-Design. Eine der bemerkenswertesten positiven Eigenschaften des Intel Core i7-13700K ist eine beachtliche Anzahl von Kernen, die besonders für Aufgaben wie Content-Erstellung, Videobearbeitung und Multitasking von Vorteil ist. Diese CPU kann mühelos anspruchsvolle Anwendungen bewältigen und bietet auch eine gute Spieleleistung. Allerdings gibt es auch einige negative Aspekte zu beachten. Die Tatsache, dass dieser Prozessor ohne Wärmeleitpaste und Lüfter geliefert wird, bedeutet, dass Nutzer eine eigene Kühlungslösung bereitstellen müssen, was zusätzliche Kosten und Aufwand bedeuten kann. Außerdem ist der Preis für diesen Prozessor in der Regel höher als bei anderen Modellen auf dem Markt, was ihn weniger budgetfreundlich macht. Der Intel Core i5-13600K ist eine bemerkenswerte CPU, die sich durch 14 Kern und 20 Threads auszeichnet. Diese Prozessorvariante ist für den Sockel 1700 ausgelegt und bietet eine ausgewogene Leistung für verschiedene Anwendungsbereiche. Eine der positiven Eigenschaften ist seine solide Kernanzahl, die Multitasking-Aufgaben und Anwendungen mit parallelen Prozessen gut bewältigen kann. Dies macht ihn zu einer vernünftigen Wahl für Nutzer, die eine gute Allround-Leistung suchen, sei es für Gaming, Content-Erstellung oder den alltäglichen Gebrauch. Jedoch gibt es auch einige negative Aspekte zu beachten. Im Vergleich zu anderen Prozessoren in dieser Preisklasse könnte die Leistung dieses Prozessors als etwas geringer empfunden werden, insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben. Außerdem ist die Konkurrenz auf dem Markt groß und es gibt ähnlich preiswerte Prozessoren, die möglicherweise bessere Leistung bieten. Der Intel Core i7-12700K ist ein leistungsstarker Prozessor, der mit seinen 12 Kernen und einer Basistaktfrequenz von 3,6 GHz eine beeindruckende Rechenleistung bietet. Dieser Prozessor ist für den LGA1700 Sockel konzipiert und bietet eine erstklassige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Eine der herausragenden positiven Eigenschaften des Intel Core i7-12700K ist seine hohe Kernanzahl, die sowohl für Multitasking als auch für ressourcenintensive Aufgaben wie Videobearbeitung und 3D-Rendering von Vorteil ist. Dieser Prozessor bietet eine beeindruckende Gaming-Leistung und ist somit auch für Gamer eine gute Wahl. Es gibt jedoch auch einige negative Punkte zu beachten. Der Preis dieses Prozessors liegt in der Regel höher als bei Modellen mit weniger Kern, was ihn weniger budgetfreundlich macht. Darüber hinaus kann die benötigte Kühlung für diesen Prozessor anspruchsvoller sein, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Der Intel Core i7-13700F ist ein leistungsstarker Prozessor aus der Intel Core i7-Serie, der für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Kombination aus 16 Kernen und 24 Threads bietet er eine hohe Rechenleistung für vielfältige Anwendungsbereiche. Eine der herausragenden positiven Eigenschaften ist seine beeindruckende Multithreading-Fähigkeit, die es ermöglicht, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Dies ist besonders nützlich für Aufgaben wie Videobearbeitung, 3D-Rendering und anspruchsvolles Multitasking. Darüber hinaus bietet dieser Prozessor eine solide Gaming-Leistung und ermöglicht ein flüssiges Spielerlebnis. Es gibt jedoch auch einige negative Punkte zu beachten. Der Intel Core i7-13700F verfügt nicht über eine integrierte Grafikeinheit, was bedeutet, dass eine dedizierte Grafikkarte erforderlich ist, um einen Monitor anzuschließen. Dies kann die Gesamtkosten erhöhen, insbesondere wenn man bereits eine Grafikkarte besitzt. Außerdem liegt der Preis dieses Prozessors in der Regel höher im Vergleich zu ähnlichen Modellen mit weniger Kern. Der Intel Core i7-9700K ist eine CPU aus der Coffee Lake-Serie, die für ihre solide Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist. Mit einer Basistaktfrequenz von 3,6 GHz und 12 MB Cache bietet dieser Prozessor eine beachtliche Rechenleistung für eine Vielzahl von Aufgaben. Eine der herausragenden positiven Eigenschaften ist seine hohe Leistungsfähigkeit, die sich besonders in Anwendungen zeigt, die eine hohe Rechenleistung erfordern, wie zum Beispiel Videobearbeitung und 3D-Rendering. Dieser Prozessor ist auch gut für Gaming geeignet und bietet eine reibungslose Spielerfahrung. Es gibt jedoch auch einige negative Punkte zu beachten. Der Intel Core i7-9700K verfügt nicht über Hyperthreading, was bedeutet, dass er 8 physische Kerne, aber nur 8 Threads hat. Dies kann die Multitasking-Fähigkeiten einschränken, insbesondere im Vergleich zu Prozessoren mit mehr Threads. Darüber hinaus ist die Wärmeentwicklung dieses Prozessors relativ hoch, was eine leistungsstarke Kühlung erfordert, um Überhitzung zu vermeiden. Der Intel Core i7-12700 ist ein Prozessor mit 12 Kernen und 20 Threads, der für den LGA1700-Sockel entwickelt wurde. Mit einer Basistaktfrequenz von 2,1 GHz bietet dieser Prozessor eine bemerkenswerte Rechenleistung für eine breite Palette von Anwendungen. Eine der positiven Eigenschaften des Intel Core i7-12700 ist seine hohe Anzahl von Kernen und Threads, die Multitasking und ressourcenintensive Aufgaben problemlos bewältigen können. Dies macht ihn zu einer idealen Wahl für Content-Erstellung, Videobearbeitung und andere anspruchsvolle Anwendungen. Darüber hinaus unterstützt er die neuesten Technologien und bietet eine solide Gaming-Leistung. Es gibt jedoch auch einige negative Aspekte zu berücksichtigen. Die Basistaktfrequenz von 2,1 GHz mag auf den ersten Blick niedrig erscheinen, aber der Prozessor verfügt über Turbo Boost-Technologie, die die Leistung bei Bedarf erhöhen kann. Ein weiterer möglicher Nachteil ist der Preis, der in der Regel höher liegt als bei Prozessoren mit weniger Kern. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video über die besten Prozessoren bis 400 Euro anzusehen. Wir haben einige beeindruckende CPUs besprochen, die für verschiedene Anwendungen und Budgets geeignet sind. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch geholfen hat und hinterlasst eure Fragen oder Anmerkungen im Kommentarbereich. Euer Feedback ist mir wichtig und hilft mir, meine zukünftigen Videos noch besser zu gestalten. Aktiviert außerdem die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ich neue Inhalte veröffentliche. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. assistir jetst wells, win patient ... Vielen Dank.